Jetzt muss ich ja irgendwie aufladen Ah, mit dem Dreck Krass Ja, der ist ja kurz Komm her Wollen ein bisschen rennen Bam Komm mit hoch, komm, danke Zack Stirb Oh, Mann Faut ja ganz schön rein Wieser, wieser, komm Hehehe Tschüss Toppack Wollen wir nicht Drauf und weg Was soll denn das jetzt? Was war das denn grad? Was war das denn grad? Ahh... Kann ich denn... Kann ich dann nochmal eins drücken? Es geht nix Was ist denn? Es brennet in der Hölle Es brennet gut wo ihr seid Woh, die haben ja hier gesprungen. Ich krieg die auch noch. Ah, jetzt verstehe ich die Explosion. Krass, ey. Das Spiel gefällt mir immer mehr. Stirb, 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 stirb. Er hat zwei in meinem Kind fest. Was kann ich damit? Wow, oh, okay, da gab es einen Krug, der mir rennt. Das wusste ich jetzt nicht. Mist, schade. Lass mal. Au. Komm mal her, komm, greif an. Greif an. Du, du bist. Du hast es, man. Ich hab dich nicht mit mir anleihen. Nicht umsonst die Platze. Und da geht's aus, das Feuer. Des Haares. Das ist cool, doch. Das gefällt mir. Die Fähigkeiten und alles. Doch. Finde ich recht cool. Oh, da ist was. Botschaft eines Einwohners von Kira. Selbst die Götter des Olymps können uns nicht vor uns selbst retten. Das Schicksal unserer Stadt hängt von einem Krieger ab. Ja, Leute, da bin ich. Wo ist mein Geld? Macht das doch nicht umsonst. Oh, ich krieg. Schade. Hm. Sieht verreckt aus. Hat er grad genießt? Hm. Okay. Wow, was ist das denn für eine? Oh, die schmeißen da oben. Das ist jetzt richtig. Erstmal ruhig gehen, Leute. Ja, das sind... Früher waren es die Bogenschützen. Jetzt sind es die Sperrwerfer. Ich wette, da kommt noch einer. Oh, nee, Alter. Das ist mal steckig. Okay. Der kann ja gar nichts. Der sieht nur groß aus. Oh, no. Zack. Kannst du das für mich mit dir machen? Wow. Cool. Au, au. Ich will jetzt halt immer hier ausprobieren. Ah. Cool. Ich will dich. Boah, shit. Ich hab mir jetzt nicht gerechnet. Komm her, Großer. Was biegst du mir an? Wow. Doch so viel. Das ist echt heftig, das Spiel. Gefällt. Einfach mal zu... Ziegen-Met verarbeitet. Sehr cool. Meins. Und... Meins. Gorgonen-Auge. Schon das zweite. Was haben wir hier? Oh, oh. Oh, oh. E.P. Bisschen wenig. Kann ich eigentlich irgendwas... Hab ich noch was Neues? Feuer des Ares? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Boah, da hat man ja auch einiges. Fünf tausend Orbs und dafür brauche ich tausend. Entfesseln Sie an Zorn und betäuben Sie Gegner in der Nähe mit Ares Feuer. Das Entzünden von Gegnern erzeugt goldene Orbs. Hau rein. Okay. Cool, also... Ich blick's nicht. Cool. Das ist irgendwie... Aha. Okay. Also habe ich jetzt noch extra Kombos zum auftempfen und die Chaos-Klingen. Ja, okay. Warum nicht? Oh, da geht's runter. Können Sie irgendwas zerstören? Nö. Das blinkt wieder so. Schleuder. Oh, oh. Den kenne ich noch. Den gebe ich jetzt erstmal. Oh, hier. Der Move ist schön. Ah, okay. Komm her. Aber schön, dass er... Dass er auf die Gegner so zielt. Wo kriegen wir das? Okay. Das hat keinen Sinn. Das ist doch egal. Verrecken aber nicht. Müll ich sich packen? Schade, so schnell wie früher kann man die nicht mehr fertig machen. Meine Fresse. Hey, komm. Das war jetzt echt gemein. Ist es tot? Oder ist es nur runtergefallen? Oh, meine Fresse. Egal, ich springe mal weiter. Oder kletter, eher gesagt. Ist auch schneller geworden im Klettern, meine ich. Okay, fallen lassen. Oder auch nicht. Ah, nach unten drücken. Okay. Muss ich denn hin, verdammt? Ich sag's nochmal. Das ist ein verdammt komisches Dorf, Leute. Ist das ein Kopf? Nee. Schleuder fritzen. Okay. Hier gibt's verdammt viele Leute im Nahkampf, finde ich. Äh, im Fernkampf. Im Nahkampf. Ist ja langweilig. Was willst du denn eigentlich? Komm mal, Manni, so cool rum. Bevor ich das aktiviere, springe ich da rüber. Oder kann ich auch drum rum? Ah, ja. Ich kann auch drum rum. Das lächelt mich schon so toll an. Das ist meins. Ein sehr hartgieriger Bastard. Hm. Dann werde ich ja mal am Hebel drücken. Ah. Ziehen. Okay. Und ich hab das Gefühl, wenn ich loslasse, geht's wieder nach oben. Kann das sein. Ja. Das tut es. Ja. Komm her. Danke. Sehr, sehr nett. Da wollte ich eigentlich hin. Menno. Warum hast du dich nicht festgehalten, Kratos? Das klappt doch immer so toll. Wie leuchtet... Achso, das ist ein Speer. Juhu. Ist da hinten noch was? Oh, oh. Da seh ich was. Da seh ich was. Nein, doch nicht. Mist. Oder? Nee. Okay. Hat's hier ledig. Aber nochmal. Das krieg ich hin. Soll ja nicht an diesem Riesenrad scheitern. Scheitern. So, aber jetzt. Was los? Nö, ich lauf mit dem Ding spazieren. Und nochmal. Okay. Warten. 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 Achso. Das Ding geht ja gar nicht höher. Mist. Wow. Ich finde echt, das ist das selbsamste Dorf, in dem ich je war. Da geht's rüber. Was kann ich da machen? Ich muss bestimmt in diese Tür. Das will das Spiel von mir. Also was zur Hölle gibt's da? Jetzt bin ich gespannt. Was würde auf mich warten? Ein Schatz. Aphrodite. Poseidon. Ah, das ist ein Gegner? Ihr werdet immer kleiner, habe ich das Gefühl. Jetzt machen wir die Eroskäfer und explodieren diese auch. Hier, Säcke. Oh, da bin ich hoch. Aha. Und noch so eine komische Notiz. Okay, brauche ich nicht. Sonst noch irgendwas? Was? Ich habe das Gefühl, das Spiel wollte doch, dass ich da reingehen müsste. Ich will, ich will. Sorry, Leute. Ich muss gucken, was da drüben ist. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu verpassen. Grat, das denkst du ja auch gerade, du Arschloch, Mann. Hättest du das nicht vorher machen können? Komm rüber. Sei keine Diva. Das Niggas haben wir damals noch nicht gehabt. Da will ich. Ich will da weg. Ich will da weg. Ah. Okay. Was war das denn? Wieso leuchtet die Leiche? Hallo? Wir sind verdurstet. Ja. Toll. Danke. Oh Mann. Das war ja irgendwie wieder sowas von klar. Mist. Und alles rüber. Komm. Alles rüber. Sche. Ich diesen Dialekt hasse. Doch, das treffe ich nicht. Manchmal. Ah, jub. Puh. Hundis. Ach, wie gut, dass ich hier eine Keule habe. Was ist das denn so kann? Nicht viel. Nee, Leute. Komm her. Voll. So, weggegen. Ah, das geht ja noch gar nicht. Ah. Weg da. Ah. Au. Die Antäuscher hier, diese Lenden. Nein, böse. Kommt der denn her? Mein Gott. Boah, ey. Jetzt geht er mir echt auf die Nerven. Verreckt. Das kostet, glaube ich, verdammt viel Mana, das Zeug. Oh, ja. Na, hab ich dich. So funktioniert das also. Ich und meinen Drang zur Erforschung. Das gibt's doch gar nicht, aber. Könnt ihr es mir verübeln? Oh, was hab ich? Ich hab's kaputt gemacht. Ah, jetzt kann ich da hoch. Okay. Die Tür geht natürlich auf. Obwohl sie genauso aussieht wie die andere. Ja. Da hinten gibt's bestimmt noch was. Es muss so sein. Da war was drin. Ich hab's genau gesehen. Haha. Gut, versteckt sind die Dinger ja nicht. Yay. Okay. Okay, ein bisschen Energie. Haben wir auch Mana? Komm. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Ich geh da jetzt einfach mal rein, Leute. Bin ich dem Netz gelandet? Was war das? Aha. Okay. Was? Ich warte jetzt mal, bis das Dinger vorbeizieht. Oh Mann, das sieht breit aus. Das ist die Ticken. Das sind unauffällige Ticken der Tor. Das sind zerstörungen? Ja. Über. Ich hab das Gefühl, da kommen ein Haufen von Düden an. Ähm. Ähm. Was macht das? Okay. Aha. Aha. Ich das vielleicht so aufhalten? Nee. Okay, da muss ich lang Ob das klappt Das gibt's doch jetzt nicht Also mit dem Springen hab ich's noch nicht in dem Spiel Ja, ich bin tot, danke Hab ich mitgekriegt Mist Das war jetzt echt nicht gut Ah ja Oh ja Nicht da runter So Ach, vielleicht alle drei rausziehen Ja doch, ich glaube ich Ich weiß wie, okay Ich hab's Geh wieder zurück Das kannst du nicht verpfeifen So Ungefähr jetzt Nein, nicht das Nicht das Das hier Richtig Das, nein Das funktioniert so nicht Verdammt Nee, das funktioniert echt nicht so Wir machen das jetzt anders Ich bin da dran vorbeigezogenes Das ist also falsch Ich hab's noch nicht so mit den Dingern So, und jetzt springe ich da einfach rüber Und hoffe, ich bin schnell genug Dafür Ja, ja, alle Leer Ha, ha, ha Ha Hm, hm Ah, ha, ha Okay Also die Dinger fahren ein Sobald das Ding dagegen stößt Das heißt also für mich Ich zieh die drei Dinger raus Ja, genau So mach ich das jetzt Wenn das Ding daran vorbeigezogen ist Dann zieh ich es raus Kann ich schon mal dran halten Und ziehen Das auch noch Jetzt das hier Jetzt hier rüber Jetzt muss ich mich beilen Das ist schon beim Oh Mann Ha, ha Bäm Pisser Huch Wunderbar geklappt Der Raum gefällt mir jetzt irgendwie Was kann ich mit dieser Skulptur machen Nach dem Spiel bestimmt Hey, komm Die blinkt doch nicht umsonst Ah Okay 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 Bis zum nächsten Mal.